Hi, mein Name ist Michaela und ich bin Personal Assistant von Katja Stockner, der Gründerin der Elefantic Days. Du hast noch nie davon gehört? Kein Problem, ich erkläre es euch. Es geht darum, junge Menschen dazu zu ermutigen, endlich in ihr eigenes Leben zu treten. Viele sind geprägt von Schicksalsschlägen, fühlen sich oft unverstanden und fühlen sich einfach verloren in dieser Welt. Wir sind dazu da, ihm Motivation zu schenken, ihm Hoffnung zu geben und ihn auch einfach mal zuzuhören. Also hilf uns, dieses Event auf die Beine zu stellen. Wir sind dankbar um jede Spende, um jeden Sponsor und um jegliche Art der Unterstützung. Und zwar wird es ein Event geben, wo Jugendliche in Gemeinschaft eine überraschende Entdeckung machen und den Impuls an die Hand gegeben werden, um aus eigenständiger Herzenkraft ihren eigenen Weg einspannen können. Power up! Es findet am 2. und 3. März in Olten im Schützi statt. Wir laden dich herzlich ein, auch ein Teil von diesem wundervollen Event sein. Und alle weiteren Infos findest du auf unserer Homepage. Lass dich in... ...sperience von Magic Moments, Livemusik, Geschichten von Top-Experten und gleichgesinnten jungen Leuten. So ganz nach dem Motto, be unik, be elefantig. Denn du bist einzigartig und stark, auch wenn du es jetzt vielleicht noch nicht wachst. So ganz nach dem Motto, wie es jetzt noch nicht wachst.